einen wunderschönen guten abend zusammen zum webinar professionelle trade planung und risikomanagement natürlich mit timo kosiol mein name ist florian scharschmidt und ich darf sie ganz herzlich im namen von fx flat heute abend um 18 uhr begrüßen ich bin gespannt was der team uns mitgebracht hat was der team zeigen wird von daher will ich gar nicht lang drum herum reden und direkt zum risiko hinweis springen denn sie kennen es alle dieses webinar dient natürlich nur zu schulungs und informationszwecken erbitte verstehen sie das ganze nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung ganz gleich was der team gleich zeigt erklärt analysiert von daher ist es ganz wichtig dass sie im endeffekt immer ihre eigenen entscheidungen treffen ja gut dann würde ich sagen dann versuch mal dein glück so jetzt kommt für mich quasi der schwierigste teil des webinars den richtigen bildschirm aussuchen ok was kriegst du schon hin so wenn jetzt alles funktioniert hat sollte man mich sehen und natürlich auch optimalerweise hören können ja das passt alles das passt alles ok super dann auch von meiner seite aus ein herzliches herzliches willkommen hier zum webinar wir sprechen heute mal so ein bisschen über trade planung trade management und auch über risikomanagement und money management das sind so wichtige punkte die jeder trader kennen sollte im kopf haben sollte und auch in seinem trading einfließen lassen sollte so also legen wir los trade planung risikomanagement das ist wie gesagt heute unser thema und ich habe ja letzte woche so ein bisschen über die strategien erzählt was man so für strategien oder meine strategie gp3 vorgestellt das heißt wenn wir zum neben drei komponenten die unter anderem wichtig sind für erfolgreiches trading und dann entsprechend haben wir letztes mal die richtige strategie besprochen das heißt die gp3 strategie link zum video werde ich euch am ende des webinars noch mal zeigen beziehungsweise vorstellen also punkt eins schon mal abgehakt und heute werden wir uns auf punkt zwei also trades richtig planen konzentrieren und auch risiko und money management das sind so die drei punkte die man auf jeden fall im kopf haben sollte die man für sein trading verinnerlichen sollte um letztendlich auch erfolgreich und auch profitabel sein zu können so ok dann das ist für nachher dann gehen wir direkt mal rein in den chart würde ich sagen und zwar so machen wir erstmal als allererstes ein neues chartfenster auf neues chart nehmen wir den us 30 so und ich habe hier schon ein paar andere charts offen und damit das nicht irgendwie dazwischen funkt lege ich auch eine neue strategie an und nennen die fx flat baby so wenn ich den chart jetzt hier so sehe dann stelle ich mir natürlich irgendwann die frage ok wo steige ich ein wie steige ich ein und auch wie ja steige ich auch wieder in die fx flat baby aus das sind so die wichtigen fragen und wenn ich zum beispiel sage ja ich glaube der markt wird weiter steigen er wird hier dieses hoch rausnehmen und entsprechend noch weiter nach oben laufen vielleicht bis zu diesen hochs hier dann stellt sich die frage wo lege ich denn jetzt zum beispiel mein stopp hin und so muss ich halt herangehen und überlegen okay wo steige ich ein wo steige ich aus und wo lege ich mein stopp hin so wenn ich jetzt dieses bild sehe und ich sage okay ein stopp macht natürlich sinn immer unter die lokalen tief zu setzen hier ausstieg wie gesagt plane ich jetzt mal hier an den hochs weil ich mit mit der bewegung hier nach oben rechne über diese hochs hinaus gegebenenfalls liegen irgendwelche stops und das kann relativ schnell gehen hier nach oben so stopp da unten hin jetzt stellt sich aber die frage ok stopp weiß ich take profit weiß ich auch aber ich habe in dem moment eigentlich gar keine ahnung was letztendlich das bedeuten würde also wenn ich hier unten rausfliegen sollte was würde das für mich für ein verlust bedeuten und dementsprechend muss ich ja auch planen was für ja was für eine positionsgröße ich hier nehme ich sehe gerade ich habe hier den normalen us 30 aufgemacht ich mache mal folgendes ich nehme mal den us mini weil ich dort die positionsgrößen ein bisschen kleiner setzen kann und lege hier auch noch mal neue strategie an und sagt hier auch fx2 zum beispiel so machen wir es auch wieder ein bisschen größer also wie gesagt stopp hier unten hin take profit hier oben aber wie gesagt was was muss ich denn jetzt für eine positionsgröße wählen und was würde das bedeuten wenn ich jetzt hier unten wenn der markt doch wieder fallen sollte nach hier unten fallen sollte mit welchem betrag würde ich denn dann quasi raus fliegen wie viel wie viel euro hätte ich sozusagen verloren und ich kann jetzt natürlich hingehen kann sagen wir stehen jetzt hier ich kann das fadenkreuz nehmen kann hier nach unten gucken das sind irgendwie so schon schwierig zu lesen ich würde sagen 280 punkte wenn ich das richtig erkenne und dann muss ich überlegen okay das ist ja der dollar betrag in euro sind das umgerechnet wie viel und bis ich das alles ausgerechnet habe steht der markt schon 100 punkte höher oder tiefer und spätestens wenn man irgendwie mit teilpositionen arbeitet wird es ganz schwierig weil das kann ich dann auf jeden fall nicht mehr im kopf und auch nicht im taschenrechner rechnen so und bezüglich dieser problematik habe ich mir immer gedanken gemacht und habe mir quasi ein tool gebaut womit man das ganze viel einfacher machen kann und wo man das ganze auch entsprechend sich ausrechnen lassen kann so ich ziehe das programm auf den chart das programm heißt order assist und sieht so im chart aus so wie gesagt ich möchte jetzt gerne ausrechnen okay wenn ich jetzt hier unten raus fliege wenn ich jetzt hier oben quasi im gewinn raus fliege und ich hier einsteige was würde das für mich bedeuten was könnte ich am gewinn erwirtschaften was wäre maximal mein risiko was würde ich entsprechend bei dem trade verlieren so da klicke ich hier auf dieses dieses symbol das zweite von rechts geht so ein weiteres fenster auf und das ist der order manager und da kann ich jetzt meine ganzen planung meine ganzen einstellung genau kalkulieren festlegen bevor ich überhaupt irgendeinen trade aufgemacht habe so ich habe gesagt ich möchte gerne long gehen also klicke ich hier auf long dann geht so ein so ein teil hier auf das ist untergliedert in rot und grün und da kann ich im mittleren button kann ich genau hinlegen wo ich möchte und zwar möchte ja gerne hier einsteigen hier unten habe ich gesagt möchte ich mein stop hinlegen und take profit hier oben an den hofs so und da sehe ich direkt mehrere sachen zum einen sehe ich okay wenn ich jetzt hier unten raus fliegen sollte dann würde ich einen euro betrag von 28 euro rund verlieren mein stop läge knapp 300 punkte weg ist natürlich jetzt relativ viel ich bin ja auch im h1 unterwegs aber zu den demonstrationszwecken lassen wir das jetzt einfach erstmal so hier oben an den hofs hätten wir ein take profit von 363 punkten und ich würde mit 35 euro rund rausgehen aus dem trade 35 euro gewinnen und ich hätte das steht hier in der mitte ein crv das heißt ein chance risiko verhältnis von 1 zu 1,2 zu 1 so ich kann natürlich hingehen kann jetzt überlegen okay jetzt weiß ich würde hier mit 0,1 positionsgröße würde ich jetzt hier 28 euro verlieren bzw 35 euro gewinnen wie sieht es denn aus wenn ich jetzt die positionsgröße höher wähle also zum beispiel ich sage jetzt 0,3 positionsgröße das kann ich mir dann auch entsprechend ausrechnen lassen klicke hier auf diesen refresh knopf und dann sehe ich okay dann sieht das schon ein bisschen anders aus 85 euro hätte ich dann verlust und hier oben hätte ich einen gewinn von 104 oder 105 euro besser gesagt so jetzt ist natürlich das chance risiko verhältnis hier relativ klein 1,2 zu 1 besser ist ja wenn man ein größeres chance risiko verhältnis hat also kann zum beispiel hingehen und sagen ich warte die korrektur ab weil ich gehe davon aus wir laufen jetzt hier nochmal runter entsprechend und das heißt ich würde eine bei limit order hier unten platzieren dann schiebe ich das einfach nach unten das wäre hier unten wäre jetzt mein einstieg gehe wieder auf aktualisieren und entsprechend haben wir natürlich jetzt einen viel geringeren abstand zu meinem stopp das heißt ich hätte hier weniger verlust aber natürlich mein take profit liegt immer noch hier oben größerer gewinn das heißt ich hätte hier schon ein cav von 5 zu 1 das heißt ich könnte fünf trades in dieser art machen und der sechste würde quasi mein mein gewinn wieder auffressen also das ist ja generell das ziel dass man mehr gewinnt trades macht also immer mehr gewinn einfährt als man letztendlich ein risiko hat beziehungsweise an trades verliert und von daher ist natürlich ein positives cav positiv heißen sie im moment über 1 immer von vorteil für mein trading so jetzt kann ich hingehen und kann auch sagen okay meine trade plan ist jetzt soweit abgeschlossen und ich kann jetzt auch einfach den trade so wie ich ihn jetzt gerade geplant habe platzieren dafür sind zwei dinge wichtig zum einen muss ich im seo trader das auto trading einschalten dann gibt sie diesen reiter auto trading und das sage ich hier auto trading an und ganz wichtig hier unten gibt es noch so eine schaltfläche die heißt sl tp die muss ich auch aktivieren zack zack so und wenn ich jetzt quasi auf place gehe zack wird hier entsprechend meine order wo ich sie gerade geplant habe hingelegt und hier oben mein take profit auch visuell im chart zu sehen und hier mein stop loss alles jetzt fertig geplant jetzt kann ich eigentlich keine ahnung aus dem haus gehen rechnung muss natürlich an bleiben stereo trader muss laufen aber auf jeden fall ist meine trade plan soweit abgeschlossen und jetzt wird der markt entweder folgendes machen er fällt nach unten greift meine order und ich würde wenn der markt weiter fällt hier unten raus fliegen oder entsprechend er holt meine order nicht ab steigt weiter nach oben und dann hätte ich quasi den trade nicht gemacht beziehungsweise wäre nicht gefüllt worden so ich mache jetzt mal folgendes um das ein bisschen zu simulieren ich schiebe jetzt einfach mal die beile mit nach oben so dass sie direkt gegriffen wird so und da sieht man die order ist hier gefüllt worden mein take profit wurde jetzt hier unten hingelegt und entsprechend mein stop loss da unten auf die rote linie so entsprechend wie ich das ganze ja geplant und vorher auch entsprechend ja mir zurecht gelegt habe machen wir das ganze mal wieder zu und machen hier mal die linien weg ich brauche dieses fenster hier auch gar nicht nutzen sondern ich kann auch folgendes machen ich kann jetzt hier mir zwei linien einfach in den markt legen mit dem tool zum beispiel hier so und sage hier ist wieder mein take profit die obere linie die untere linie ist mein stop loss die lege ich hier unten hin so und jetzt warte ich kann halt keine keine pending order also keine beile mit in dem markt sondern ich warte jetzt und sage okay wenn der markt jetzt hier schon früher reagiert hier zum beispiel dann gehe ich market rein indem ich hier auf bei klicke so und wie man auch sieht ne take profit wurde hier unten hingeschoben stop loss nach da unten das heißt ich habe halt bevor der trade überhaupt eröffnet worden ist habe ich mein take profit und mein stop loss schon visuell im chart festgelegt das heißt ich muss nicht anfangen und muss hingehen zum beispiel machen wir das mal wieder zu und machen die levels mal weg wenn ich jetzt sage okay mein stop loss soll auf jeden fall hier unter das tief weil das macht ja schon sinn dass ich jetzt anfangen muss und hingehen muss bevor ich den trade auf mache gucken muss okay wie weit ist das jetzt bis hier nach unten okay das sind 250 punkte da muss ich hier 250 eintragen so und dann fällt der markt aber entsprechend weiter runter und ich entscheide okay ich möchte aber gerne hier einsteigen dann muss ich wieder hingehen und wieder ausrechnen okay von hier warte mal das sind 180 punkte also muss ich hier wieder 180 eintragen und da ist auf jeden fall das um einiges komfortabler wenn ich jetzt einfach hier zwei linien in den markt lege zack sage hier unten stop loss und brauche mich um den rest nicht mehr zu kümmern ich hast also das heißt ich muss jetzt hier nicht mehr eintragen okay wie viele punkte ist das jetzt gerade entfernt von meinem von meinem oder vom preis level gerade und muss hier die punkte zahl anpassen und so weiter und so fort also das ist eine riesige ersparnis und es geht auf jeden fall viel schneller und auch komfortabler zwischenfrage dazu sehe ich gerade liegt die order dann auch direkt beim broker oder nur beim serial trader also das ist eine einstellungs sache vom serial trader also entsprechend muss man hier bei new order entsprechend gibt es ja dieses mit attribut wenn das eingeschaltet ist schaltet ist so wie bei mir dann heißt das die order liegt nur im serial trader aber wenn ich das ganze ausschalte dann werden die neuen orders auch direkt beim broker hinterlegt das heißt man könnte den rechner sogar ausmachen runterfahren aber man hat natürlich das problem dass dann stop loss und take profit nicht entsprechend mitgenommen werden also die order liegt dann beim broker aber take profit und stop loss dann halt nicht die werden dann nicht von dem programm gesetzt weil die werden natürlich nur gesetzt wenn ihr wirklich das programm auch wirklich aktiv ist gut so machen wir die linie mal wieder weg ich habe ja eben gesagt dass entsprechend es sinn macht dass man sich trades aussucht die ein positives crv haben das heißt ich möchte gerne bis dahin hier mein stop loss problem ist jetzt an der position wie wir uns befinden liegen wir gerade genau in der mitte und ich habe eigentlich ein relativ schlechtes crv verhältnis also chance risiko verhältnis so ich kann jetzt hingehen und kann folgendes machen ich sage zum beispiel okay ich möchte immer ein crv von drei zu eins das heißt ne ich möchte immer dreimal mehr gewinnen als ich wirklich verliere weil es ist ja das ziehe ich möchte immer mehr gewinnen als ich verliere und deshalb muss ich mir dann auf trades aussuchen die mehr gewinnen als verlust versprechen so und ich kann jetzt hingehen kann sagen folgendes ne ich schalte diese schaltfläche ein da steht risk und dann 2 zu 1 das ändere ich jetzt auf 3 zu 1 und sagt wieder okay ich möchte gerne long gehen und platziere entsprechend wieder meine order so nach der unten weil das ist für mich jetzt hier also diese hoch sind jetzt für mich zum beispiel der einstieg ne und mein stop loss unter die tiefs und wie man sieht in dem moment wo ich jetzt hier mein stop loss verschiebe ne verschiebt sich auch der take profit da oben so und somit weiß ich okay macht das sinn hier einzusteigen ne weil würde ich jetzt zum beispiel höher einsteigen so hier schon einsteigen und ich will auf jeden fall immer mit einem festen crv traden dann wird es schon schwierig weil um dieses chance risiko verhältnis von 3 zu 1 hier zu erreichen dann müsste der kurs schon bis hier oben laufen also von daher eine überlegung bevor man jetzt auf den buy knopf drückt okay macht das sinn macht das wirklich sinn weil es kann ja durchaus sein dass er hier nochmal die tiefs anläuft und dann auch durch die tiefs bricht und allein vom vom chance risiko verhältnis wäre der einstieg halt hier oben nicht wirklich clever so schiebe ich das ganze wieder nach unten da sieht man je kleiner mein stop loss wird desto weniger muss der kurs auch wieder nach oben reagieren um letztendlich mein crv mein gewünschtes crv von 3 zu 1 zu erreichen so das ganze muss natürlich auch in short richtung das heißt wenn ich jetzt wenn meine idee zum beispiel so ist so wir laufen diese hochs hier nochmal an und der kurs wird hier oben an den hochs reagieren und läuft dann wieder nach unten entsprechend dann kann ich das ganze natürlich auch in short richtung planen und kann sagen ja ich klicke hier auf short und entsprechend ist das ganze umgekehrt das heißt ich möchte gerne hier einsteigen dann stop loss kommt unter oder über dieses hoch hier dann entsprechend und den take profit den ziehe ich quasi nach da gehe wieder auf place und entsprechend wird meine order im markt platziert hier ist meine order die jetzt auf abholung wartet hier ist mein stop loss und hier entsprechend mein take profit so wie schaut es jetzt aus mit reproduzierbarkeit also es ist auch wichtig dass es halt auch eine wichtige sache vom money management ist dass man mit seinen positionsgrößen entsprechend haushaltet und zum beispiel sagt hey ich möchte immer 0,5 prozent oder 1 prozent oder wenn man risikofreulich ist auch 1,5 prozent von meinem kapital was mit zur verfügung steht riskieren so und auch das also ich möchte die positionsgröße entsprechend immer so entsprechend in der größe positionieren dass auch ja wirklich automatisch immer ausgerechnet wird okay ich komme über meinen 1 prozent limit was ich habe nicht drüber ich würde sagen ich erkläre das am besten auch mal in einem chart da wird klar was ich meine also machen wir dafür mal den euro us dollar auf so machen wir hier auch eine neue strategie und nennen das ganze fx flat euro so layout muss ich definitiv anpassen ich bin kein freund von diesen schwarz weißen kerzen mit grauem hintergrund bei mir muss das irgendwie ist bei mir im kopf so drin das muss irgendwie grüne und rote kerzen sein und weißer hintergrund so machen das auch ein bisschen größer und ich hole mir hier nochmal das tool dazu so ich rufe wieder meinen order manager auf und hier unten gibt es eine kategorie order size calculation so da kann ich jetzt hingehen und kann sagen ich möchte gerne für meinen kommenden trade ein prozent von meinem kontokapital riskieren aktiviere ich noch die schaltfläche und sage okay ich möchte gerne long in den markt gehen so dann wird das ganze wieder quasi hier in farbig rot und grün angezeigt und ganz wichtig ich muss hier noch auto trading wieder aktivieren stop loss take profit so und dann plane ich wieder meinen trade und überlege okay ich möchte gerne hier einsteigen und mein stop loss kommt hier unten hin und mein take profit entsprechend schieben wir den mal nach da oben so jetzt gehe ich wieder auf aktualisieren und da sieht man folgendes in dem moment wo ich auf aktualisieren geklickt habe wurde mir hier die die positionsgröße automatisch berechnet also 0,23 Kontrakte beziehungsweise lot hier oben wird das auch im stereo trailer eingetragen und das bedeutet wenn ich hier unten rausfliege würde ich mit 61 euro rausfliegen und hier unten hier oben hätte ich 110 euro und 8 euro ungefähr gewinnen und wenn man jetzt mal einen blick auf mein kontokapital wirft da sieht man ich habe hier einen kontostand von 6000 euro knapp 6100 euro und das sind genau meine ein prozent die ich hier riskieren möchte riskieren kann so und ich kann jetzt sagen hey ich möchte gerne nur 0,5 prozent meines verfügbaren kontokapitals riskieren trage ich hier 0,5 ein und sage wieder aktualisieren so in dem moment wurde die positionsgröße wieder angepasst das heißt ne ich habe 30 euro ungefähr verlust wenn der trade nicht aufgehen sollte 30 euro sind halt entsprechend die 0,5 prozent von meinen 6000 euro ungefähr die die mir zur verfügung stehen hier auf dem konto so und somit kann ich halt sicher gehen dass ich immer die richtige positionsgröße habe egal wie der wie der markt jetzt läuft ob der markt gerade volatil ist oder nicht volatil ist und das ist halt gerade in den phasen in denen wir uns jetzt befinden also wenn man jetzt mal die volatilität im dow oder im nestek zum beispiel nimmt das ist ja teilweise schon brutal und damit man da nicht in so eine schieflage kommt schieflage heißt ich bin gewohnt irgendwie mit weniger wohler zu traden und habe deshalb meine positionsgrößen viel zu hoch dann mache ich halt in kürzester zeit einfach mein konto platt und um das zu verhindern gibt es halt oder ist ein teil des money managements dass man sagt ich trade immer so viel beziehungsweise immer den prozentsatz meines kontokapitals den ich bereiten zu verlieren und der prozentsatz ist halt in dem moment ein prozent oder 0,5 prozent oder 1,5 prozent damit weiß ich es ist egal ob der stopp jetzt weit weg liegt ob das stopp jetzt irgendwie nah liegt ob die märkte volatil sind oder nicht volatil meine strategie ist auf jeden fall immer dieselbe ich werde immer nur 1 prozent meines kontokapitals verlieren egal welchen trade ich mache und das ist halt ein konzept was man dass man auch so ein bisschen verinnerlichen muss weil es bringt nichts wenn man jetzt 10 trades macht und die trades sind irgendwie auch gut gelaufen aber ich habe eine positionsgröße von 0,1 lot gehabt so und der elfte trade der geht in die hose aber ich habe irgendwie eine lotgröße von 0,5 gehabt dann bringen mir die anderen 10 trades auch nicht so viel also deshalb ist es wichtiger dass man nicht wirklich mit mit fixen ja ordergrößen arbeitet und sagt zum beispiel ich trade immer 1 lot egal wie weit der stopp weg ist oder nicht sondern da es macht wirklich vom money management her sinn und money management ist das ist halt das a und o auch wenn man konstant profitabel und dauerhaft profitabel auch sein konto aufbauen möchte dann ist das money management wichtig und da ist dann halt wichtig dass man wirklich sagt ich trade keine feste lot zahlen sondern immer nur entsprechend eine feste prozentzahl meines verfügbaren kapitals gut so so jetzt wird es ein bisschen kompliziert gehen wir mal wieder zurück in den da kompliziert in dem sinne dass ich sage gut ich möchte jetzt gerne folgendes machen ich möchte jetzt gerne im dau einsteigen ich habe das gefühl der dau zieht irgendwie gleich nach oben und läuft hier mein take profit an und deshalb möchte ich gerne mit mehreren teilpositionen in den markt gehen das heißt ich möchte gerne hier eine order hinlegen und falls der markt dann doch noch weiter runter fällt hier und vielleicht noch eine hier aber hier steige ich auf jeden fall spätestens aus so und da ist der punkt definitiv erreicht wo man die sachen nicht mehr im kopf auch nicht mehr mit dem taschenrechner ausrechnen kann weil wenn ich jetzt hier drei orders hin lege also ich lege jetzt hier eine order hin hier eine order hin und hier eine order hin ich habe überhaupt 0,0 eine ahnung was das bedeuten würde wenn wir wirklich runterfallen sollten alle meine orders gefüllt werden sollten und der stop loss mich hier unten raushaut also gar keine ahnung was das jetzt wirklich an an verlust bedeutet was ich dann wirklich an ja an kapital verlieren würde so aber auch dafür gibt es eine lösung also ich rufe hier wieder mein order manager auf gebe hier wieder auf long machen wir hier mal den das cv aus so also hier liegt mein stop loss hier oben liegt mein take profit so und ich sage okay mit der ersten order möchte ich gerne hier einsteigen und entsprechend hier eine weitere teilposition und hier noch eine weitere teilposition so jetzt kann ich hingehen und hier unten gibt es so ein so ein kalk button calculation so diese orange button da klicke ich drauf so und jetzt sieht man nämlich folgendes wenn der markt jetzt hier fallen sollte wenn der kurs fallen sollte und mich hier unten bei meinem stop loss rausholen sollte dann ist folgendes gegeben und zwar ich würde hier unten mit einer positionsgröße von 0,9 rausfliegen und ich hätte einen verlust von 136 euro zu verkraften so somit weiß ich also okay das wäre mein maximaler verlust bin ich bereit den zu tragen oder nicht oder warte ich lieber dass der markt entsprechend noch ein bisschen weiter runter fällt und ich gehe jedenfalls hier nur eine teilposition weiter in den markt gebe indem ich die hier raus lösche und hier nochmal auf kalkulieren klicke so dann sieht man nämlich folgendes 0,6 positionsgröße und ungefähr 100 euro verlust somit kann ich also im vorfeld auch wieder planen okay macht es sinn hier mit teilverkäufen zu arbeiten wie muss ich ne wie wirken sich verschiedene positionsgrößen auf die auf die stop loss setzungen beziehungsweise auf die auf das kapital aus was ich letztendlich verlieren würde macht es sinn hier mit 0,3 einzusteigen oder macht es eher sinn mit 0,1 einzusteigen indem ich jetzt hier sage 0,1 und lege hier wieder zwei orders hin gehe wieder auf kalkulieren beziehungsweise hier nochmal auf kalkulieren so und dann sieht man hier unten hätte ich einen verlust zu verkraften von 41 euro bei einer positionsgröße von 0,3 das klingt schon mal anders als die 136 euro die ich ganz am anfang hatte so das heißt ich bin nicht mehr komplett im blind flug was das ganze angeht und haue hier meine orders rein und am ende läuft der kurs doch hier runter holt mich aus dem markt mit einem riesen verlust und ne dann ist irgendwie der die trades die fünf trades die vorher gelaufen sind die positiv gelaufen sind ist der gewinn wieder weg so das ganze geht natürlich auch in die andere richtung indem ich sage okay wenn der markt jetzt hier hoch läuft meine hochs hier raus nimmt ne dann erwarte ich eine kettenreaktion die so aussieht ne das entsprechend hier stops fliegen das heißt ich positioniere hier entsprechend bei stops über die hochs so und möchte gerne ein break out so lege ich die orders dahin und sage wieder kalkulieren dann sehe ich das umgekehrte spiel ne ich würde hier oben mit 0,3 positionsgröße ankommen und hätte ein gewinn von 87 euro ungefähr so das heißt das ganze funktioniert also in beide richtungen einmal hier ne würde mein verlust mit den teil orders die dann gefällt werden so aussehen und wenn der markt jetzt hier nach oben läuft dann entsprechend würde der das ganze so aussehen ne mit drei teilpositionen und 87 euro so so ich hoffe ihr seid noch alle bei mir weil jetzt kommt noch ein schritt mehr sozusagen man könnte jetzt vom folgenden szenario ausgehen also der markt läuft jetzt hier runter ne greift hier meine erste teil order greift meine zweite teil order so und das ist ja eigentlich mein ziel ich möchte gerne ne dass der wenn der kurs quasi runter fällt dass er meine teil orders greift und dann nach oben zieht entsprechend und optimalerweise natürlich hier oben in mein take profit läuft so aber was würde das bedeuten was würde bedeuten was würde ich denn quasi an ja an profit bekommen wenn genau dieses szenario eintreffen sollte so das wäre im prinzip der der beste fall der passieren könnte ne wir laufen wir laufen hier runter greifen beide orders und laufen also die order die order drehen kurz vor meinem stop loss und laufen hier hoch in mein take profit so auch dafür gibt es natürlich eine lösung und zwar wenn man jetzt hier die maus auf diesen betrag hier oben also ich habe ja gehe davon aus meine erste teil oder liegt hier oben und der markt zieht nach oben würde ich mit 0,1 und 39 euro gewinn aus dem markt gehen so wenn ich mit der maus jetzt über diesen euro betrag fahre beziehungsweise darauf bleibe dann öffnet sich so ein ja so ein tooltipp und da gibt es als letzte zeile so best best heißt ist das best case szenario also der beste fall der eintreten kann und da steht dann 0,3 positionsgröße würde ich da oben ankommen mit 143 euro gewinnen also die erste position die hier liegt zweite die dritte wir drehen nach hier oben und ich hätte dann 143 euro mit einer positionsgröße von 0,3 wie gesagt dazu hält man einfach die maus hier über das über den euro betrag und dann sieht man das bekommt man das angezeigt so Achtung jetzt kommt noch einer drauf und zwar gehe ich davon aus ich möchte gerne also der kurs läuft hier entsprechend nach oben und greift meine oder oder und ich mache mal folgendes ich passiere mal die positionsgröße an und sage hier 0,5 so und lege ich hier noch eine order hin und sage okay wenn der markt jetzt hier runter geht da greift meine orders da möchte ich gerne mit einem teilbetrag aus dem ganzen aussteigen also sage ich also sage ich 100 euro gewinn haben und so kann ich mir im alle möglichen szenarien ja ausrechnen vorbauen ich kann sagen ich möchte gerne wenn wir jetzt hier ankommen möchte ich noch 0,3 dazu hier gebe ich nochmal 0,3 hinzu hier gebe ich 0,3 wieder raus hier gebe ich nochmal 0,2 raus so gehe auf kalkulieren und entsprechend das tool rechnet mir alles aus verrechnet immer alle positionen und ich weiß immer mit welchem verlust kann ich rechnen mit welchem gewinn kann ich rechnen also diese ganzen positionen jetzt aufaddiert würden bedeuten ich würde hier oben noch mit 0,6 ankommen und 2,7 oder 280 euro gewinn haben so das ganze geht natürlich auf die andere art und weise also ich gehe hier mit 0,5 positionen hinzu teilpositionen und sage okay aber wenn der markt nicht sofort hier an der position dreht dann gebe ich die hier auch wieder raus so dasselbe hier das heißt wenn der markt nicht hier reagiert gebe ich die hier wieder raus so gehe wieder auf kalkulieren und sehe halt ich würde hier unten nur mit 0,5 ankommen weil die positionen also die hier und die hier die wird halt immer sofort wieder rausgegeben wenn der markt nicht so das macht was ich vorher plane und was ich vorher mir denke und das ist halt was anderes als wenn ich jetzt die teilverkäufe wieder weg mache und das noch mal ausrechnen lasse also hier 0,5 135 euro mit teilverkäufen kalkulieren ansonsten 1,5 mit 250 euro verlust so ich glaube das war eine menge stoff jetzt ich hoffe ihr seid mitgekommen und wenn es fragen gibt gerne natürlich in den chat schreiben ok super so was haben wir noch was kann man noch machen und zwar gibt es noch sogenannte crv boxen was ist das machen wir das mal weg und machen die orders hier auch mal weg ich habe eben schon darauf hingewiesen dass es wichtig ist immer das crv so ein bisschen im auge zu behalten und das crv sagt man auch ok macht macht es jetzt sinn in einem trade einzusteigen beziehungsweise wie weit muss der markt entsprechend laufen damit es sinn macht dass ich mit einem guten crv letztendlich aus dem trade rauskomme weil das crv beziehungsweise ziel ist ja immer wie eben schon gesagt mehr gewinn als verlust machen so und da gibt es hier sogenannte crv boxen so ich klicke da jetzt mal drauf ich sage long und dann mache ich mal folgendes ich lege das hier unten hin beziehungsweise lege das hier hin und das nach da so damit das man damit das jetzt nicht die ganze zeit hin und her springt mache ich mal folgendes ich mache jetzt mal hiervon einen screenshot will er gerade nicht so man sieht jetzt hier diese grünen boxen und hier diese roten boxen so hier ist mein level mein marktlevel wo gerade der preis steht hier unten die untere linie ist mein stop loss das heißt der weg hier nach unten diese rote box die bezeichnet quasi den weg bis zum stop loss so dann gibt es hier die erste grüne box das heißt der markt muss entsprechend bis hier hin laufen bis zum ende der box dann hätte ich ein crv von 1 zu 1 um jetzt ein chance risiko verhältnis von 2 zu 1 zu haben muss der kurs schon bis hier laufen 3 zu 1 hier und 4 zu 1 entsprechend hier das heißt wenn ich jetzt davon ausgehe ne dass der markt ja sowieso nur irgendwie bis zu diesem hoch läuft ne also bis bis zu diesem hoch hier und ich sage ich gehe aber nur trades ein die mindestens ein crv von 3 zu 1 haben dann weiß ich okay ich kann jetzt hier an dem punkt nicht einsteigen das macht für meine für mein system was ich trade für meine für meine trade planung für meine langfristige vision keinen sinn sondern da muss ich warten dass der dass der kurs entsprechend weiter fällt und entsprechend sieht man auch dass sich diese boxen halt immer dynamisch bewegen das heißt ne je weiter der kurs jetzt hier runter fällt ne desto geringer werden die boxen beziehungsweise desto eher bekomme ich oder komme ich in den bereich eines positiven oder eines eines guten crvs von über 1 zu 1 so wenn ich jetzt natürlich sage okay ich ne muss mein stop definitiv hier unten hinlegen da sieht man schon um jetzt ein crv ne wenn ich jetzt hier einsteigen würde um jetzt ein crv von 2 zu 1 zu haben da muss der kurs schon bis zu diesem hoch laufen geht gar nicht anders ne und wenn ich jetzt sage ich trade immer nur trades mit dem positiven oder mit dem crv von 3 zu 1 dann weiß ich okay ich kann den trade jetzt hier nicht machen ich muss warten bis der kurs entweder ne runter geht weiter oder ich es ist kein setup für mich ok hat man das prinzip von chance risiko verhältnis und von den crv boxen hat man das soweit verstanden hat man das nachvollziehen können wie das ganze funktioniert und aufgebaut ist absolut ok super prima gut dann was können wir noch machen und zwar es gibt folgendes ich mache das ganze hier mal weg und mache hier nochmal mein terminal auf so wie man sieht ich habe hier eine menge wirklich eine menge also was heißt eine menge ist relativ aber ich habe hier einige trades auf das ist euro us dollar und den dao den us 30 mini so und ich sehe jetzt hier ich bin jetzt hier bei minus 2 euro und ich habe verschiedene strategien laufen ich habe hier mal einmal den dao jones den ich handel und ich habe den hier nochmal den dao jones in die andere richtung die ich handel also hier einmal short hier einmal long so jetzt würde mich natürlich interessieren ja wie wie liege ich denn jetzt im dao jones eigentlich liege ich da jetzt vorne liege ich da jetzt hinten das kann ich jetzt hier gar nicht gar nicht so wirklich erkennen das heißt ich müsste hingehen und müsste jetzt hier entweder hier die teilposition zusammenrechnen oder müsste im sale trader gucken was haben wir hier 20 euro was haben wir hier 28 euro müsste die irgendwie gegeneinander addieren beziehungsweise wenn ich jetzt noch einen dritten chart auf hätte müsste ich das auch noch hinzufügen und keine ahnung was und würde die ganze zeit irgendwie nur rumrechnen um zu erfahren ja in welchen ja in welchem gewinn oder verlust habe ich denn jetzt auf alle charts bezogen im us 30 so kann man folgendes machen ich kann hier auf die ganz rechte schaltfläche klicken dann geht hier so ein kleines fenster auf und dann gibt es hier so ein pfeil nach unten und kann den aufklappen und da sehe ich halt sofort dass ich jetzt hier mit im us mini mit 5 euro hinten liege also es werden alle positionen egal welche charts zusammengerechnet gegeneinander verrechnet und es macht keinen unterschied wie viele type positionen ich habe wie viele charts ich auf habe ich sehe auf jeden fall auf einen blick immer hier bin ich mit 5 euro liege ich hinten so jetzt würde ich aber auch gerne wissen okay beziehungsweise dasselbe gilt jetzt hier auch für den euro us dollar das heißt hier habe ich auch mehrere charts ich habe den hier einmal long auf ich habe den hier einmal beziehungsweise hier in der short richtung auf hier habe ich eine long position laufen und das ganze sehe ich dann hier auch in dem chart wo war er denn jetzt hier sehe ich halt okay ne mit allen positionen die jetzt so im euro us dollar sind bin ich drei euro im plus so und gesamt entsprechend zwei euro minus mit allen positionen von allen charts von allen handelssymbolen von allem das ist im prinzip das was mir auch der metatrader anzeigt das sind diese zwei euro hier unten okay aber jetzt würde mich natürlich noch interessieren ich habe jetzt zwei zwei strategien im dow jones laufen wie sieht es denn da aus wenn jetzt diese strategien in den verlust laufen beziehungsweise in den gewinn laufen also alle strategien von allen charts zusammen im euro us dollar was würde für mich das bedeuten wenn die strategien nicht aufgehen was hätte ich für einen maximalen verlust zu verkraften beziehungsweise was kann ich maximal verdienen mit meinen trades die ich jetzt gerade aufhabe so machen jetzt nämlich mal folgendes ich mache das fenster jetzt ein bisschen klein das hier unten kann ich wieder weg machen so und ich suche mir jetzt meinen us mini aus und sage folgendes ich habe jetzt hier keinen stop loss gesetzt aber den möchte ich jetzt gerne so ich bin hier short unterwegs im us 30 habe jetzt kein stop loss gesetzt möchte jetzt aber entsetzen und sage okay komm ne short macht keinen sinn wenn wir jetzt hier drüber laufen so setze ich den stop loss dahin und sehe ich habe jetzt hier ein risiko von 72 euro wenn der kurs jetzt hier hochlaufen sollte und entsprechend mein stop loss wirklich greifen sollte das ganze mache ich auch mit dem take profit das heißt den ziehe ich nach hier unten hin und sehe dann auch ich hätte jetzt hier ein take profit von 64 euro okay so jetzt gehe ich hin und mache dasselbe mit meiner long position so hier ist meine long position im dow jones so und hier sage ich auch folgendes okay stop loss hier unter meine tiefs so und take profit nach hier oben so da sieht man jetzt nämlich folgendes also aus allen charts die ich aus allen strategien die ich im us 30 fahre habe ich ein risiko von 148 euro wenn es nicht aufgehen sollte aber ich habe ein zu erwartenden gewinn von 250 euro wenn alle meine strategien egal wie viele charts aufgehen egal wie viele charts egal wie viele trades hätte ich ein gewinn von 243 euro das heißt auch das ist trade planung wenn man mehrere strategien fährt wenn man short richtung handelt wenn man long richtung handelt ne dann ist ja auch wichtig zu wissen okay was ich muss ja das große ganze im blick haben was würde es bedeuten wenn jetzt selbst wenn jetzt ein chart irgendwie in die hose geht wenn der andere aufgeht was wäre jetzt quasi das der gewinn den ich erwirtschaften könnte so das ganze gilt natürlich auch oder geht natürlich auch mit dem euro das heißt ne ich mache jetzt hier den euro auf da habe ich auch kein stop loss gesetzt so behaltet mal hier euro us dollar im auge während ich jetzt hier stop loss und take profit setze das heißt ich setze hier mein stop loss entsprechend und hier mein take profit so und wie man sieht die werte werden hier entsprechend angepasst ich mache das jetzt im zweiten chart auch noch wo ich jetzt hier mit meiner long strategie unterwegs bin sage okay hier ist mein take profit hier ist mein stop loss so und dann sieht das ganze so aus ne im euro us dollar egal wie viele charts egal wie viele positionen hätte ich einen Verlust von 22 euro zu verkraften und einen gewinn der winken könnte von 45 euro so jetzt gehen wir zum beispiel mal hin und sagen neuer chart indizes und machen jetzt mal den de 40 auf so und ich würde gehe jetzt hier auch eine position ein und sage ne short zack zähl und wie man sieht wird der de 40 dann auch wieder hinzugefügt hier unten und zeigt mir entsprechend die werte auch an wenn ich jetzt stop loss und take profit setze ne genau das selbe spiel hier unten das heißt ich muss das ja auch nicht zwingend immer auf allen charts haben sondern das reicht im prinzip wenn ich jetzt das ne den order assist auf einem chart habe wenn ich jetzt hier meine ganzen positionen im blick behalten möchte das wird immer aus allen charts aus allen positionen entsprechend ausgelesen und ich habe das zentral an einer stelle so timo dein bild ist ein bild okay habe ich nicht gesehen ich hoffe man hat es trotzdem verstanden ansonsten wenn ich gerade etwas erklärt habe und im bild war dann sagt mir noch kurz wo das war dann kann ich das nochmal erklären oder es ist so trotzdem klar geworden so interessant diese gegenläufigen trades erzählt bitte mehr dazu was genau meinst du damit welche gegenläufigen trades so wo man das tool herbekommt zeige ich euch gleich zum abschluss des webinars krass wir sind auch schon wieder eine stunde dran ich habe gedacht dass ich in einer halben stunde durch bin aber dann habe ich doch wieder echt eine menge gequatscht und lange gequatscht so long and short gleichzeitig ach so diese diese strategie die ich hier gefahren habe ja das würde jetzt definitiv zu weit führen das jetzt ne auszuführen wieso weshalb warum ich jetzt genau das so gewählt habe dass da müsste man auch mein eigenes webinar zu machen ne also der sinn ist halt dass das das sowohl in long richtung als auch in short richtung gleichzeitig positionen aufgebaut werden und man dann entsprechend auch wenn die eine richtung anfängt zu laufen in der gegenläufigen die positionen wieder abbaut das ist jetzt auch nicht nicht meine erfindung ich meine idee da gibt zum beispiel den frank eschmann der der hat er ganz ganz viele videos tutorials gemacht wie man solche strategien nutzen kann ich glaube es gibt da auch so ein video der hedges mal edge oder so also wie man sachen miteinander hedgen kann aber wie gesagt das jetzt noch hier in das webinar heranzubringen das würde definitiv so weit führen weil dann werden wir noch mal mindestens eineinhalb bis zwei stunden dran all right so also alle infos zum order assist gibt es auf der webseite daytradertools.de order assist ansonsten ich gehe noch mal kurz zurück in den chart das programm kann man sich ganz einfach über den stereotrader über den installationsmanager der traders installieren gehe ich hier auf installationsmanager zack und dann gibt es hier als letzte option die mt tools collection da ist das mit enthalten da ist der order assist mit drin enthalten und da kann man drauf gehen wenn man jetzt hier auf weiter klickt dann wird das ganze entsprechend auch installiert ansonsten wie gesagt weitere infos auch noch mit mit weiteren erklärvideos und was weiß ich findet ihr auf jeden fall auf daytradertools.de slash order assist ansonsten das gp3 webinar da haben ja auch schon gerade ein paar gefragt die aufzeichnung findet man auch auf meiner seite unter trader tools beziehungsweise es ist egal ob man trader-tools.net eingibt oder daytradertools.de alles dieselbe seite also ihr könnt jetzt daytradertools.de de slash gp3 fx flat eingeben oder so wie es da steht ist egal der link ist derselbe kommt quasi auf derselben seite raus da gibt es noch mal das webinar von letzte woche in voller länge nicht von letzter woche sondern von vor drei wochen glaube ich war das das war auch 60 minuten webinar da habe ich ausführlich meine gp3 strategie vorgestellt könnt ihr euch da noch mal anschauen ansonsten kommt gerne auch in meine telegram gruppe daytradertools.de slash telegram da poste ich auch hin und wieder trades andere leute posten ihre trades und generell können wir uns da ein bisschen über das trading austauschen gut ich habe fertig würde ich sagen ich bedanke mich dass ihr dabei wart habt noch eine schöne woche und ich wünsche euch gute trades ansonsten wenn fragen sind noch zur gp3 strategie oder zum order assist dann gerne per e mail oder über das kontaktformular auf meiner webseite ja und ich würde sagen ich gebe zurück zum gloria danke dir ja danke timo für das tolle webinar danke auch an die teilnehmer natürlich dass sie dabei waren bis zum ende noch fragen gestellt haben aktiv waren und von daher ich habe nichts hinzuzufügen bleiben sie gesund timo du natürlich auch und wie immer auf die positionen aufpassen bis zum nächsten mal ciao ciao